Herzlich Willkommen bei 21.BAU.TV Mitteleingang, Bonatsbau Rechts oben die Überdachung vom Zugang zur Grittpassage Und nicht nur die Stahlträger da drin sind beeindruckend Sondern auch was hier noch rumliegt Was hier bereitgestellt wurde an Material Und wenn man die Markierungen hier am Boden sieht Wird es offensichtlich Hier vom Bonatsbau noch einiges an Veränderung geben Und hier kommen wir gut sehen Da wird einiges abgestützt Die Markierungen hier die Musik Und hier kommen wir gut sehen Und hier kommen wir gut sehen Und hier kommen wir gut sehen Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ciao!